Herzlich willkommen zum Matt-Rätsel vom 2. Februar 2022. Schwarz ist dran und setzt in zwei Zügen Schachmatt. Der weiße König hier hat keine Verteidiger. Und diese vielen schwarzen Figuren greifen an. Es geht hier los mit Turm H2 Schach. Der König kann nur nach F1. Und jetzt kommt der Todesstoß. Läufer H3. Warte. Schachmatt. Der Springer deckt hier die Fluchtfelder. Ganz wichtig. Habt ihr bestimmt alle gesehen, oder? Und ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet hier. Bis dann.